So, da sind wir auch schon in der fünften Folge. Wir sind hier mit dem überstylischen Styler-Style-Style-Style-Style-Style-Raumschiff. Da ist wieder der Neon-Grün-Kack-Kopf. Brrrr, brrrr, brrrr. Was? Jo. Erklärt sich von selbst, ne? Weißt du, Max Cater. es haben sie jetzt richtig geklafft gehört dass du sowas unseren zuschauern ja und ich weiß nicht ob so yoga funktioniert okay was da ich kann das geht du nicht mit einem schuss ein panzer zerstört sagen wir dabei wo ich keine pflanze wachsen lassen der controller dann solltest du mal alle beliebige tastet um zu starten drücken gut ja und glück das ist nur dieses die erste das ist auch gleich ich habe den faskleisten gehäftet und wir schauen uns nun mal das war voll klasse aber muss ja das müssen wir in den in den abspann scheinen also vorne die komplette saga und natürlich mit 3,8 prozent sind wir nicht ganz groß klasse ja ja nur wie war das cooler ach wie gut dass niemand weiß dass ich nach level 5 reiß ja warte nee das war gar nicht ja wir sind eins ach genau ich will noch mal bauen nein oder ich lass es einmal sein ich mach hier ne knallerei hier oh scheiße ja ich hab schluss in juli sie bekommen erbrung des palaststori boah nein am meisten geld gibt es dann natürlich auch in der lego stadt da kriegst du ja irgendwie mehr als 60 milionen und damit ein herzliches willkommen zu folge fünf meine ich oder vier oder fünf 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 da haben wir unser sexy raumschiff jaja wings oder neon grün kopf stark blau das kommt ja das ist gut ich würde so wie auch das magas und man zu die schuldungsvollsten und ich glaube ich bin ich habe doch irgendwo es sind in der jetzt einmal Moment! Nein! Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Du bist gestorben! Wo bist du denn? Oh, ich bin denn... Ich hab zwar meinen Ring-Transporter nicht mehr gefunden, aber dieses war mein erstes. Ich hab voll krass gesammelt. Nein, das ist von... ... aus dem Imperium, glaube ich. Wir haben von Klassik. Was mache ich damit? Wow! Ja, das gefällt mir natürlich. Ich bin hier in einem Panzer drin. So, wo bin ich? Da bin ich! Lass mich lassen, ich will auch... Ups, ja... Äh... Hast du's gesehen? Ich war ein... Eintrachter Prozent Zappel Zappel wie ein Dackel in diesem Zappel so richtig schwer für weiter machen Thomas ein roter Ring wie das Hass und Kritter Alter aber das sind sie halt nicht die Bühne so wissen es der Fall ist mach jetzt mach ihr die Macht mach ihr die Macht gleich hochgeschüttet war mit man will ja auch Warte das Bromir Kasse ich meinen was nahe durch schweiz Astro Mektoni da ist denn ein Verraumschiff ist ich will ja nicht pushen aber da kommst du nicht aber ich glaube schon mal versuchten Kumpel wegen der mein Mädchen es gelacht nein nein so muss man jetzt sagen haben wir ein Astro Mektoni haben wir nicht wir müssen aber wir können aber da hoch du bist erst mit uns da und wenn du heim mit uns bist das weiß also wir haben ja ein Astro Mektoni ist ja ganz große Klasse aber da kann fliegen ja wenn du bist da was drei Kante ist sogar länger da kann er sogar unendlich lang glaube ich ich glaube mein erstes ne was ne ich habe schon mal äh den Browser Game gespielt auf der seite das sollte immer noch da sein nein das ist ein paar Ops alle ähm ähm ne was da was äh Browser Game war auf jeden Fall sehr cool eigentlich von Browser Game auch grafiktechnisch für ein Browser Game voll fit you are matched family ich bin Familie was ist das eigentlich das ist klar alles kahl aber das finde ich gut diese Druckplatten warum auch immer die alt sind warum sind da Druckplatten ciao was haben wir dazu jetzt habe ich wieder richtig Bock auf ein tolles Soul wie so Xena Warrior Princess da habe ich jetzt richtig Lust auf das Pisser ähm da gibt's ein Knopf ich hab voll das nur CD-Feeling das ist schön das ist schön jo jo oh bin ich nice du hast ne Ampel wie sie immer alle hinterher dann sind so die Lappengang alter ich bin das Oberlappen und alle anderen Lappen Lappen mir hinterher kennst du schon das neue werb Lappen sie Lappen mir hinterher aus start oh wow hast du gesehen? ich mach jetzt ich lauf jetzt einfach mal so ich muss vergebissen ja ich lauf an der Wand spielt's eigentlich Black Ops 3 aber das ist halt ne Tarnung damit ja auch jüngere Menschen das spielen können also so ne Demo kannst du mal hier also jetzt auch hier mit Bildung weißt wasch bescheint wasch bescheint wasch bescheint stark ich sollte die Druidika töten ich finde ich nicht gut und wir brauchen man dunkle macht dunkle macht warum heißt eigentlich nicht schwarze macht weil es vielleicht ein bisschen rassistisch dass das dunkel ist doch auch das dunkel und warum ist der dunkel hat müssen dass der böse ich bin der astromech das Wasser kann eigentlich angreifen und es bleibt alles wie ist aber da war da kann er angreifen ich glaube mal wir was ausdrängen wird sehr gut die man gehalten ich sollte ihm etwas brechen hey und rego hat mir was gebrochen was hat dir gebrochen er hat gestartet das war nicht er der dir was gebraucht hat das was du selbst das Fahrrad genau da ich will nur das Fahrrad was mir das Schöpflein gebrochen hat Leute waren immer so lange dauern die Brille an das ja das ist ja schön die Teilreich die Teilreicher Zeichen Thema Käfer Wienchen die die es gibt bis zu bisschen ganz grüße Klassien kann ich kann ja vielleicht kann man da kraften also auch jetzt sagen oder fächsjahre selbst in den arsch ist natürlich auch oder mann hoch glaube ich mit dem ich weiß es nicht lasst uns doch einfach weg gehen immer kurz bevor ich da oben bin gehst du einfach weg ist nicht da ging es hoch da könnte man oben laufen ich weiß nur nicht wo wir lang kommen dass dadurch geht und hier waren wir und jetzt links 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 davon da kommen wir doch heute aber ich lasse mich mal schieben aber ich glaube das ist voll anstrengend für den daumen ich glaube nicht da kommen wir gar nicht hoch ich wäre dafür dass wir hier mal ein bisschen hier am malen sind das hat viel gemacht glaube ich nicht so sie haben dann haben sie dann aber dass wir links gehen wir könnten wieder nach oben um 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 Richtig. Ja. Nein. So, der bleibt. Es bleibt alles so, wie es ist. Den kannst du jetzt noch nicht nehmen. Komm, langsam ist nicht mehr lustig, man. Oh, guck mal. Okay, während du das machst, du musst triggern. 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 Fisch. So. Komm jetzt. Find ich gut. Schießt mich ab. Ich hab dir einen Klaps auf dem Drücken. Wir machen jetzt einfach ganz schnell durch. Ja. Ich lehne die Nitroiden. Und dann gehen einfach weiter. Oder wir lassen uns einfach. Das will zu machen. Ich lebe nicht. Ich finde es toll, dass man nachladen muss. Fällt mir gerade so spontan ein. Finde ich klasse. Komm, ich hab den Blöden. Upsala. Du hast nicht meine Lebenskills. 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 Lehm. 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 das ist jetzt ja wie gesagt ich krieg von solero in der wii züchte ich ab alter wcs recht schlecht da was will ich gar nicht an pc wobei ich das vor langer vor langer langer vergangenheit habe ich das auch schon mal am pc gespielt zusammen mit jemandem zu zweit am pc legos darauf was ehrlich hast du mal ein team spiel gespielt gibt es auch ein spiel ich mache ich hier generell sind jana jones gewesen ja stimmt ja gut ich habe auch ähnlich verwechsel ich öfter schiebe mich aber diana jones hatte ich nie so fand ich eigentlich nie cool jetzt kommt jetzt mal ich dann beim bahn 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 und da sagst du ich war pass auf der droide ist ein zweige ich habe schon was auf der droide im mutsal ich bin tot an die an die stelle erinnere ich mich auch ein bisschen glaube ich ich komme nicht weiter ich schon ich wäre dafür dass wir das was ist eigentlich ein scheiß problem schießt er dagegen alles karl hatte so hohen was er drüben ist ja noch drüben mann wo sind die anderen acht jahre aber sind einig jetzt kann ich aufs gehen wir gehen jetzt da hoch ich will den typ da runter schützen mit pw wupsalau guck mal wie ich weit den geschüttchen warte mal nein ich bleib alles so wie es ist und ich glaube wir müssen den enden kann sein ja genau 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 ich erinnere mich sogar ich erinnere mich ich erinnere mich ich erinnere mich was ist denn los hier runter kommen hier runter was ist denn was er springt ja aber er springte doppelt hintereinander machen ja aber wo hier ist geld da oben ist die fuß wo ist er was toll und ich bin jetzt was machst du ich möchte in einspieler modus oh mein so jetzt geh mal weiter geh mal weiter nach links ja gut kann man auch mal machen glaube ich wenn ich nicht wenn ich schlecht das entscheidest du das überhaupt nicht jetzt geht's los jetzt kriege ich da rein ich wusste müssen alles klar so geht es ich bin es spieler 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 das symbolisiert eine lunge beim atmen da hast du das gesehen das hat eine also das finde ich jetzt um mit was auch das symbolisiert eine lunge beim atmen und naturschutz was aber die natur will auch atmen in dem sinne beim also stelle ich mal darauf ich weiß das war jetzt doppelt unnötig das war jetzt auf so vielen ebenen unnötig die lunge ist ja was machst du jetzt da oben rechts gehen die komplette sagen glaube ich gut hat uns weiter geholfen alles karl da können wir jetzt wieder hoch stark da wollte ich gerade versuchen das gibt es wieder kaputt machen das können wir nur mit dem bau machen bau 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 okay ich glaube ich mache mal den aufzug und fördere da alle mal hin ja schlecht was gibt es hier oben stark moment lass mich mal da hoch ich habe so eine ahnung ich habe so eine ahnung wir sind ich öffne die tor zu dem herzen das jetzt musst du da so ins video ich habe da so ein paar wir gehen aber nicht geil jetzt kommen alle runter oder was nur die jedis können nicht hochgucken ja komm mal her wir nehmen den aufzug wir nehmen den aufzug doch ich bin der obiwan komm ich bin qui-gon-chin oder wie auch immer das scheiße heißt die bots nicht drauf kommen schon schlafende wienerisch so jetzt ich warte 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 geh du mal da drauf geh da drauf ah ja ich weiß wie es ja ich erinnere mich komm ich hoch wurde ist ja toll teamwork du musst jetzt wieder runter kommen weiter warte 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 du konntest mich eben konntest mich eben von oben okay die liebe wacke moment ich liebe 3d ich bin ich fand's gut und mama sagt zwar gut ich mach das man kommt hier mit dem ich bin esl spieler ich bin esl spieler weiß bescheid ich will in die mitte es bleibt alles wie es ist da wird ja auch nichts daran ändern weiß bescheid alles klar ich bin in der mitte hallo ist aber nur um die folge heraus zu zögern können rein voll klasse noch mit ruiden zwischen gehen sie mir ein bisschen auf den sack weniger droiden für kleine kinder in den spiel ja wir sollten präsentieren patentieren stand eine pretension patentieren müssen es gibt so nicht wenn du keine vernünftigen weiter findest dann befindet es gibt ja keine teller sind aber was sehr gesundes denn auf dem boden ok macht das mal zu verkleidung das volkiniere einzuschließen ups aber wir können rechts hingehen das verklasse habe ich gehört aber muss ja nicht stimmen wasser so schnell beim springen lesen wir nicht dass man die darum die brauchen wir irgendwie für druckplatten aber das kann ich auch noch und ich finde mich so finde ich auch gut glaube ich ich bin natürlich meister aber auch hier wirst du ich mach zuerst die städte das hat mit kopp das ist gut ja dann finde ich gut und ich hätte drauf macht da macht das wieder dahin und bleibt alles wie es ist und was mich jetzt was für sich jetzt das haben wir noch mal zum thema schieben wenn du zu weit weg ist gesagt oder wappen 5 5 5 in den großen jetzt ein pro gamer der droide war schuld und deine unfähigkeit ja ja aber ich habe unfähigkeit ja hast du ich hab keine unfähigkeit ja ich bin richtig kommt nicht klar sollte ich saun aus dem box und kam ich sollte eine stufe nehmen tötet ihn und nicht das ist klar um ein paar Jahre alt das kommt gut machen neben uns geht es mal okay und dann muss noch einer drauf brauchen so in der schlacht der Schiff kommt noch so schön an ja ja Komplett Moment in der Mannschaft war schön alle sehen schön ganz hier das war Klasse und so auch schon das Klasse ich bin mal nur in dem Sprachnimmer das wäre voll Klasse um hier meine Freundin die Elie schreibt jetzt nicht was hast du denn warum youtube und twitch bei der streambar er kennt sie noch nicht die streambar klar sind ja nicht da sind ja nicht die entenbiene das spiel so ein tolles unter anderem über anderem das ist nicht gut doch jetzt lange ich dass wir hier leute beobachten stark wir brauchen jemanden nicht so laut was machst du nicht sagen der ist weiter recht er kann sein dass spiel von links noch recht deswegen kann sinn machen müssen wir haben als klang der name das spieler verdammt gut am geilsten war es auf jeden fall an der wii weil da jede laser schwert bewegungen auch ins spiel übertragen wurde recht genau fand ich sehr gut sehr spaß gemacht ich habe geschwitzt es war ein sport richtig erschöpft so halb wenn ich gar nicht mit mixel treppe ich habe eine idee immer darauf das ist natürlich das war für münchen gesund oder war dann schon mal hier da geht es runter da wirst du komplett kümmern komm doch mal her rechts ich hoffe hier gibt es sowas nein alles karl alles karl karl komm jetzt her wie der kopf meines vaters was ne eigentlich nicht eigentlich gar nicht nur der landeplatz naja karl das klasse ist alles klar aber kaum ne von hier kommen wir richtig an die Bühne Moor jetzt geht es los wo alle haben wollen so halten Oh mein Gott Lambo ich habe immer Ruhe wie gesagt um und so ich nicht in die Diener an und ich bin nicht mehr verhalten ich bin schneller aber ich bin hier so ganz geschafft ich bin glücklich was finde ich gut ich bin auch mal ein pumpen ich hoffe dass dein kopf ist zu fett was hat denn das ding von der hitbox so die müssen sich jetzt alle hinstellen da muss der astromech droide wo bist du denn astromech droide da bist du ja astromech droide r2 d2 ja ich liebe es das ist da was alles in die großartige ich wollte gerade rausgehen da kann dieser hey mein lambo ist weg man wir sind auch schlau gegen so ein schild mit dem blatt wie er guckt ja gut du hast jetzt einen neuen im gelben das coole wir haben jetzt partner kampf wer kennt sie nicht nachname kampf ich bin verwandt mit dir ich bin nämlich kampfscharf lustig ja unter anderem ist stark ich habe dir gesagt wir sind erst stark stark ist stark ja das war die folge eigentlich das war die folge ja war glaube ich auch länger okay dann werden wir jetzt direkt mal in die sechste folge starten wird voll klasse so die letzte in dieser aufnahme tschüss